Musik 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 Jarenino Jarenino hat den Namen von einem Wort, das heißt Jarek und dieser Name ist sehr alt. Jarenino hat diesen Namen bekommen, weil die Leute, die vorher hier gewohnt haben die Erde umgegraben und deshalb haben sie diesen Namen bekommen Die ersten Besitzer von Jarenino waren Gräfer und die hatten viel Kontrolle bei Jarenino Hallo, hier ist unser Kindergarten Hier sind verschiedene Kinder aus Jarenino und das ist unser Spielplatz oder Spielfeld Hier spielen die Jungs Fußball und andere Schüler Musik 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 Das ist ein Baum, wir nennen es Lipa und es ist ja begonnen Jarenino Musik Musik Die Post Musik 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 Da sehen wir einen Traktor Das ist der Fußballplatz Das ist der Fußballplatz Hier spielen wir Fußball Wir haben viel Spaß Und die Jungs hier werden jetzt das demonstrieren Musik 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 Bis zum nächsten Mal.